Ich bin Teufel, meine Sinne! Ich habe mir jetzt das letzte Video angeschaut von gestern, halbe Million Aufrufe, 70.000 Likes und keine Plans. Wer hat YouTube gefickt? Wer verbaut deinen Umfeld? Äh, nein, aber wir sind gerade bei uns. Ballert jedes Mal, Jungs, was wollt ihr von uns? Was habe ich euch getan? Die Ehrenbres fürs Video wurden gesammelt, auf sehr wild, einfach ganze Straße übernommen. Ich küsse eure Herzen. Gleich für 20 Knicks bezahlen. Gar keinen Bock, Jungs. Ballert dieser Mücken, fuck up. Der Brie hält auf ganz süß mit... Auf kompletten Nacken heute. Warte, zeig mal, guck mal, die kleine Glas. Auf das, auf das. Endlich bist du da, wo du hingehörst. Oh Mann, Alter, wo bin ich hier geladen, Alter? Lass mich mal raus. Ey, Mann, mach mich jetzt hier raus, Alter. Leute, wieder auf den letzten Drucker bei den Brüdern hier Szenen aufnehmen. Gar keinen Bock. Oh Mann, mach mich jetzt hier raus. Oh Mann, mach mich jetzt hier raus. Oh Mann, mach mich jetzt hier raus. Oh Mann, mach mich jetzt. Ich merke ein Stück, wie individuell die Herrenweißen sind und wirklich noch in einem sehr frühen Alter sind Themen wie Gott und... Okay, hatet ihn. Haut alle Hate-Kommentare raus, die ihr je an ihn hattet. Hatet Jan Kuhn. Okay, okay, ausnahmsweise könnt ihr auch mich haten. Aber seid jetzt bitte härter zu mir, okay? Haut auf die Kacke. Gleich angehalten werden. Gar kein Bock. Es wird ehrenlos.